Schönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex ist sehr gut in die neue Handelswoche gestartet und das, obwohl die Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung in Berlin ja gescheitert sind. Die Anleger, die zeigten sich davon nur vorbörslich verunsichert. Der DAX beendete dann den Handelstag mit 13.059 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent beziehungsweise 65 Punkten. Und damit blicken wir gleich nochmal an die Börse Frankfurt zu Johanna Klar, unserer Korrespondentin vor Ort. Guten Morgen nach Frankfurt, Johanna. Was sind denn jetzt für heute die Vorgaben für den DAX? Schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Es sieht weiterhin positiv aus, denn die Vorgaben von Seiten der Wall Street und auch aus Asien sind freundlich. Und an der Wall Street, da hat man gestern einen kleinen Erholungsversuch gestartet in die verkürzte Handelswoche. Am Donnerstag ist ja Thanksgiving. Dementsprechend bleiben die Börsen dort geschlossen. Es gab gestern positive Konjunkturnachrichten in den USA und die pushten den Dow zum Handelsende 0,3 Prozent in den positiven Bereich. Mit 23.430 Punkten ging der Dow Jones aus dem Handel. Die Vorgaben aus Asien sind ebenfalls freundlich. In Japan notiert der Nikkei derzeit 0,8 Prozent im Plus und der Hang Seng in China sogar über ein Prozent im positiven Bereich. Und beim DAX, Marco, du hast es gerade schon angesprochen, hatte man gestern ja schon befürchtet, dass es rapide bergab gehen könnte. Allerdings war die Irritation nur am Anfang zu spüren bezüglich der gescheiterten Sondierungsgespräche. Danach hatte man die Marke von 13.000 Punkten wieder zurückerobert und Experten begründeten dies damit. Solange eben die Geldpolitik weiterhin liefere, sei man hier etwas entspannt und es sieht weiter freundlich aus. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Also der DAX könnte auch heute freundlich in den Tag starten. Wir machen weiter wie gewohnt an dieser Stelle mit der Marktidee. Das ist heute die Aktie von ProSiebenSat.1. Diese Aktie, die war gestern einer der größten Gewinner im DAX. Zuvor hatte Konzernchef Thomas Ebeling seinen baldigen Abschied angekündigt. Ebeling war ja durch unglückliche Aussagen über die eigenen Zuschauer in die Kritik geraten. Die Aktie, die konnte sich durch die Zugewinne von der Unterstützung oder von einer Unterstützung absetzen und die Chancen stehen jetzt gut, dass sich das Papier weiter erholt. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, gehen Sie einfach auf www.ideas-daily.de. Dort finden Sie eine ausführliche Chartanalyse dazu. Und das war es wieder mit Ideas Daily TV. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.